Ja, ich muss auch mal was fröhliches verkünden. Ab heute, also ab dieser Folge, ich weiß nicht, ob die erste... Ja, ab dieser Folge, kommt Minecraft wieder täglich. So, neue Folge Minecraft mit Alex, Tore und... Niklas und Markus, ha 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 ha! Ui. Ui. Hey. Toll. Du. Hey. Mit Gandalf und Joker. Ja, hammer geil, ne? So, also erstmal, äh, wo ist Alex? Ich muss in Neter und weiter bauen. Ja, dann will ich seine Sachen noch nicht wieder haben. So. Ganz gerne mal in den Weg, das ist kein Problem. Ja, ich will ja erst den Fun haben, ne? Ja, wo? Ja, ich kann grad nicht, er hat alle Tore. Ich glaub, das war die Richtung. Da hinten seh ich sowas, guck mal, dieses gelbe Sandstein-Ding da hinten. Das sieht voll unbewohnt aus. Die hat ja alle in mein Inventar gepackt, den ich mir gerade... Da, jemal hin. Die Rutschung machen und dann... Schau mal, Tore. Ja, aber ich hab dein Schwert und so. Wie ich neue Dings da fahren. Ja, aber das, was ich dir geben soll, hat Tore. Ich hab kein Diamant. Äh, hier kein, äh, TNT. Hi Alex. Ach, hi Kevin, mein ich. Hi Marcus. Wir beziehen jetzt den Obdachlosen, wir beziehen jetzt den Obdachlosen in einem dauernd Horizont. Okay. In dauernd. Meinst du Alex Haus? Far away from us. So. Meinst du Alex Haus, Marcus? Kommt der, kommt der Story sehr nah. Nein, das Obdachlosenheim hier, das ist doch nicht Alex Haus. Nein. So. Das sieht aber schön gemütlich aus hier. Da ist ein Schaf, das ich nicht töten kann, oder ist das Dauer? Marcus, das ist Alex Haus. Ach so. Okay. Ist das aus Sand und Sandstein? Ja, das mag sein. Ich hab gedacht, das wäre ein Obdachlosenhaus, wie das aussah. Das ist auch noch nicht fertig. Doch nicht. Trotzdem kann man schon mal drin wohnen, hier, ne? Aber wir sind da Untermieter, geht doch klar, oder? Wir kommen, wir nehmen uns zwei Hälfte. Nein, ich bringe doch hoch. Ich soll gegen, ne? Ähm, da kann man bestimmt was arrangieren, aber es ist gerade noch so ein bisschen un. Das ist lustig, das ist von mir gleich. Ja, ich auch. Komm mal, Markus. Wenn der was, ich, haben wir, gehen wir auf eine andere, kann nicht mal. Soll der doch auf einem anderen Ufer leben. Ja. Alex vom anderen Ufer. Bestimmt, erstmal Bäume kloppen, hier, wie geil. Der Klassiker. Jetzt hier der Karate-Schläge. Los, hier. Handkanten. Zack. Alter, bei mir leckt das Holz. Da war ich mal auf Holz gekloppt. Oh ja. Nur dreimal. So, ich hab keinen Sandstein mehr. Ab in Neta. Äh, ab in Neta, ja, genau. Ab in, äh, die will schmalig mal. Oh, da sind wieder die Köpfe rein. Wie damals, leckt wieder hart, ne? Oh, Markus, kannst du nicht wieder hoch. Guck mal, kaum ist Markus da, leckt das wieder. Ja, guck mal, vor, äh, vor haben wir auch mal zu 5 gespielt, Markus. Auch Adventure mit, mit Laurin, so hat er nie was gelegt. Markus hat 3 Balken, Liga 2. Du, okay, Alex hat 3, ich hab 4. Markus hat weniger Balken als Tore. Was finde ich das so unfair? Ich spiel mich zu Hause. Nein, ich hab, ich hab ja wahrscheinlich ab 1. und 2. die 50.000er, äh, die 100.000er. Die 100.000er meine ich, denn erübrigt sich das ja. Gibt's ja richtig, ne? Kannte. So, äh, ne. Jeweil was überhaupt? Ihr habt doch sicher was zu essen, oder, Leute? Äh, ein Stack Beef. Und, äh, wir haben, wir haben ein paar Kühe, habt ihr vielleicht schon gesehen. Ja, ein paar Kühe, ja, stimmt. Ja, sind aber nicht viele, also... Egal, alle Rinderviehzucht, ey, wir müssen uns mal melden, dann werden die ganzen Kühe erst mal kompensiert, ey. Kill nicht alle, kill nicht alle, wir haben nicht so viele. Ja, das ist illegal im Massentier, Alter, meine Freunde, das ist das nicht mit dem Spaß, ne? Vollkommen legal. Doch. Das melden, sind die alle eingezogen, werden alle beschlagnahmt. Das ist legal, das hab ich extra angemeldet. Ja, ja, weiß ich aber nix von. Niklas, du musst wieder öfter hier sein. Du ziehst das Niveau hoch. Ne, ich... Also aus dem Bodenlosen. In der Moritz. Denkst du schon, das geht nicht mehr. Ja, schon sieht er es wieder runter, oder? Oh, Mann, das leckt irgendwie voll, drüber mir. Ja, Kevin, sag an. Das ist kein gutes Zeichen. Egeal. Mann. Kevin ist halt ein scheiß Lecker, mein Gott. Ja, sagt Arig mit seiner Tausenderleitung hier, ne? Nexswitcher ist das. Echt mal. Bäume kloppen. Macht so Bock, Alter. Ihr glaubt's gar nicht, ey. Ja, man muss echt mal wieder geschafft, dass alle da sind. Hätte ich ja nix mehr gedacht. Gerade, dass Niklas kommt, hätte ich ja nix mehr gedacht, ne? Niklas! Echt nicht? Also, jetzt... Was kennst du? Traum werden mich, Kevin! Ja, Niklas, du hast eh nur noch frei jetzt. Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Du hast nicht nur noch frei jetzt, oder? Oder jetzt ernsthaft? Ja, eigentlich schon. Nein, ich hab nicht nur noch frei. Ich hab normalen Unterricht bis Mitte März. Dann hab ich noch frei. Ja, das ist eigentlich eine Dauererscheinung bei manchen Lehrern, wie die aussehen manchmal. Das ist schon mittlerweile schon chronisch. Ja, das ist eigentlich besser, dass die fehlen. Ja, manchmal echt geil. Manchmal, ich finde, das ist manchmal echt interessant, was die für eine Arbeitshaltung haben. Lehrer sind irgendwie einmal je Woche krank, oder alle zwei Wochen einmal. Und, 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 Tore gehen die in der Stunde mal kurz kopieren. Eine halbe Stunde später kommen sie wieder. Ja, aber dann müssen wir mal kurz was kopieren gehen. Ja, genau, ich bin der Klassiker. Erstmal, erstmal einen Kaffee trinken, ne? Und, irgendwie leckt ihr alle bei mir im TS ein bisschen. Das Geilste war unser... Ja, aber mir lecken auch alle. Das ist das TS grad wieder. Ja, weil, weil jetzt zehn Mann drin sind. Ja, ich muss mal kurz paar Leute... Ich kipp dir mal bei uns der Lobby raus, bitte. Ja, den... Ja, die sind alle da. Die anderen fünf sind alle da. Oh mein Gott. Den können wir eigentlich auch nicht machen. Na und? Können wir trotzdem machen? Das ist cool, da. Sollen die sich einen eigenen TS kaufen? Wollen wir das mal gerade sagen? Ja, sag mal bitte. Dann können die machen sich einen anderen TS. Sollen die auf den Starcraft TS gehen? schlag das mal vor ja die haben noch andere TS, ich weiß nicht wie du und jemand bei uns sind die haben noch den StarCraft TS ich hab ja nichts gegen die aber trotzdem das leck gerade ein bisschen also wenn wir leck gerade nur wir sind ja sozial, ne? sind wir das? Naja ja gut! wir und sozial? Neeee ich glaub dabei war eben das Lehrer-Thema, das will ich noch mal kurz aufgreifen, ach mal geil ich geh mal kurz was kopieren kommt dann wieder, draußen hat's geregnet, klitschnass und übelst am nach Rauch stinkend ohne Wetter oh man was war da wohl los? und dann, und dann, dann auch mal Käffin getrunken wahrscheinlich alter ich verstehe euch kaum, das leckt total, jetzt schickt die raus ich muss einmal geh mal was hin, ja ich kann nicht hingehen Räume auf, schick einfach alle los wer ist hier hingang? wer ist hier hingang? Tore erst mal Gangbang, Alter jetzt Tore, verpissst euch! ne, das wäre mir was los, dann wäre mir schon Marco und jetzt, und jetzt, ban 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 wahrscheinlich oh man oh man, ban lustig wäre es, wenn ihr uns gleich trotzdem weiterentdeckt, ey ja, das wäre sehr ja, ich muss mal, ich muss mal was, ich muss einmal kurz die wechseln auf Skype, ne? ja, ich muss einmal kurz was fröhliches verkünden ab heute, also ab dieser Folge, ich weiß, ob die erste, ja, ab dieser Folge kommt Minecraft wieder täglich ach so, okay auf, auf Markus Wunsch ach du, das ist nicht what? Markus, was verteufelst du nachher? warte ich nicht, sorry, ey doch, heute kam ne geile Battle-Folge aus meiner Ansicht ja, ich hab voll immer Kevin aufnehmen lassen, Markus, was gucken, muss man was angucken äh, 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 Moment, Moment, Tore hat den selben Score wie ich gehabt jaaaa hm du hast beide 1 zu 10? ne, wir hatten beide 10 zu 12 ah, Tore es war Squad, Squad Deathmatch auf großer Bazaar ne, 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 ne ne, ne, ne oh, Markus, Hardcore, Hardcore ohne Map, ach du Scheiße, ich, ich kann Alex ja, ich kann Alex am Sand fahren, das kann ja nichts werden hi Alex wir fahren woanders ach guck mal Alex, wie nett, dass du ihn schon freigelegt hast also, ich hab das Diamant-Schwert, ne geht schon wieder los oh, Mann guck mal, ist der Alex ganz so, äh, das niedere Volk das niedere Volk ne, ich, ich fahr mit nur auf der anderen Seite so, hier soll es ja auch mal geben ich fahr mal zusammenfahren ne, Tore, du ich fahr mal, das brauch ich eigentlich Tore, sowas wie dich mögen wir hier nicht aber im Moment, was, ich quall immer irgendwelche Löcher Markus war immer vorhin Rust gespielt, ich und Kevin, ne und? zwei Stunden alter, zwei Stunden, was haben wir gemacht? und gesucht wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir, wir wir haben zwei Stunden lang uns gegenseitig gesucht und dann haben wir uns, ein, dann haben wir uns einmal getroffen und dann wurden wir gekillt wir haben uns zwei Minuten zusammengestellt ich wollte fahren gehen, ich geh raus Typ mit Axtkopf schlägt mich ich lauf weg Kevin versucht ihn auch irgendwie zu töten und dann haben wir uns beide geholt und ich hab mich in die Ecke gesetzt dann und wurde mich versteckt, hab Farrell ausgemacht und dann hat er, und, 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 auf einmal, auf einmal, direkt vor mir BING Farrell blinkt auf und ich krieg ne Axt in die Fresse ja also das Game da kam gerade ein Update ich hab ich eben auch gesehen, da kam ein Pad aber ich weiß nicht, was wir es gebraucht haben 100 MB oder so vielleicht hat deswegen auch das Server einmal eben so doll gelegt der hat mir auch gelegt, weil vielleicht gerade Pad rüber haben wurde ne, die sind da raus, das ist nicht so öfter eigentlich ok, ich will das nochmal einmal zeigen auf dem Kanal aber das ist im Moment, äh, das ist wohl irgendwie wie ein Stift also, wir wollten fürhin eigentlich schon aufnehmen, können wir ja sagen wir wollten ja fürhin eigentlich aufnehmen, aber es ging halt nicht, weil ja, das Problem war, wir haben uns nicht gefunden und, äh, auf der Map gibt's doch nicht wie bei der Sie irgendwie Tschern oder so als Wegpunkt das Problem ist, die Map besteht nur aus Bäumen und, äh, und Wiesen und, da kannst du dich eigentlich nicht, äh, kannst du nicht sagen, wir treffen uns da in der Entferne oder so ja, ich bin, ich, also ich bin im Wald ja, so, ich auch wir spawnen immer irgendwo, wir sind einfach irgendwo hingesetzt ja, das, okay, das ist ja bei der Sie auch so aber er kennt die Map nicht, ne? ja, aber es steht ja irgendwas, wo du bist es steht ja irgendwie Elektro oder so und das steht ja gar nichts Kevin, hast du was, du hast nichts zu essen kurz hier, ne, aber wo? ich bin in der Wüste du kannst, du kannst mal, kannst mal, kannst mal, kannst mal meine Truhe gucken, ob ich da was hab ja